Nach einer kurzen Sommerpause bin ich endlich zurück und ich freue mich extrem drauf, denn in den letzten Wochen habe ich super viel gelernt, was ich in den nächsten Wochen mit dir teilen werde. Und wenn du aufgepasst hast, würde dir aufgefallen sein, dass hier nicht mehr nur ein ClickFunnels Award hinter mir hängt, sondern mittlerweile es drei geworden sind. Und das ist der Grund, dass zwei weitere Sales Funnels für LinkedIn die magische Grenze von 1 Million geknackt haben. Und in den nächsten Wochen werde ich dir ganz genau verraten, wie wir das angestellt haben und vor allem, wie du diesen coolen Wandschmuck auch bestenfalls bei dir demnächst haben kannst. Heute starten wir mit einem extrem coolen Video, wo ich mal meine zehn größten Learnings über diese drei Awards sozusagen runterbreche und vor allem dir ganz genau verrate, mit welchem einen Funnel ich das jeweils geschafft habe und wie du das Ganze so schnell wie möglich für dich umsetzen kannst. Wir springen auch direkt rein und zwar 3 Millionen mit Webinaren, meine zehn größten Learnings. Du kannst ahnen, worum es geht. Bei mir hat tatsächlich es auch viel ausgelöst, dass diese drei Awards plötzlich an der Wand hingen und ich mir natürlich die Frage gestellt habe, was haben die gemeinsam? Und irgendwie kam ich dann doch drauf, dass alle über ein Webinar-Funnel entstanden sind und da wurde mir klar, hey Robert, vielleicht ist es doch das, in dem du sehr stark bist. Vielleicht solltest du davon mehr machen bzw. dich wirklich immer mehr darauf spezialisieren. Das hat mir a unglaublich viel Ruhe gegeben, weil ich da drin glaube ich schon recht fit bin und heute schon mal die wichtigsten Punkte sozusagen mitgebe und gleichzeitig aus meiner Sicht ist es auch so die faulste Form der Akquise ist im B2B-Bereich und ich werde dir auch verraten, warum das so ist. Aber ich würde sagen, wir springen rein. Wenn du das Dokument wie gewohnt haben willst, kurz meinen Kanal abonnieren und Webinar-Funnel in die Kommentare schreiben, dann schicke ich dir das Dokument rüber, dann kannst du dir das nochmal entspannt durchlesen. Lehn dich zurück, lass es vielleicht auch nebenbei laufen, dass du aber wirklich die Learnings bis zum Ende mitnimmst. Das sind gerade die letzten zwei aus meiner Sicht extrem entscheidend, da machen viele Leute Fehler und wenn du schon mal Webinare gehalten hast, perfekt. Also viele unserer Kundinnen und Kunden haben schon Webinare gehalten, teilweise haben sie es schon aufgegeben, dann kommen sie in eine Zusammenarbeit mit uns bzw. hören auch die Konzepte, die ich hier gleich vorstellen werde und sind so, okay, vielleicht muss ich ein Webinar nochmal eine Chance geben. Genau. Erster Punkt aus meiner Sicht, man muss sich erstmal ein bisschen klar werden, warum sich Webinare eigentlich lohnen und aus meiner Sicht gibt es so drei große Probleme in der B2B-Aquise. Wenn es nämlich um die Vermarktung von B2B-Angeboten geht, gibt es immer drei große Probleme. Du hast zum einen komplexe Angebote. Ich könnte jetzt nicht auf einer Party in Millisekunden jemandem erklären, wie eine Zusammenarbeit konkret mit uns aussieht und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir ähnlich ist, dass dein Angebot auch ein bisschen komplexer ist, zumindest bei den meisten Gründern und Geschäftsführern ist das so, dann hast du ein unglaublich großes Vertrauensproblem. Du bist für viele Leute erstmal immer nur der Typ aus dem Internet oder die Frau aus dem Internet und das bedeutet, selbst wenn du das beste Angebot der Welt hast, ist da erstmal immer eine große Skepsis da. Das ist auch in den letzten Jahren immer schlimmer geworden, weil viele Leute sich die Finger verbrannt haben irgendwie im Internet und das muss man im Hinterkopf behalten, dass das einfach ein großes Problem ist, selbst wenn du das beste Angebot hast. Und dann kämpft man häufig noch mit langen Saleszyklen, teilweise melden sich Leute drei, sechs, zwölf Monate später, um dann über eine konkrete Zusammenarbeit sozusagen zu sprechen. Und wenn man die drei sozusagen gut behandelt bekommt, ist man schon B2B-Akquise-technisch recht weit vorne. Und aus meiner Sicht, Webinare sind einfach die perfekte Grundlage, um sein Angebot sehr ausführlich zu erklären. Und dann, durch die Live-Interaktion entsteht viel Vertrauen. Also du löst zwei so Probleme, du kannst in einem Live-Webinar einfach unglaublich gut erklären, was du eigentlich tust und wir kommen auch gleich drauf, was du da drin erzählen musst. Und natürlich, wenn Leute irgendwie live mit dir interagieren, kriegen sie so ein Gefühl für dich, weil gerade sowas wie Körpersprache lügt halt nicht. Und deshalb sind auch Videos immer etwas, was einfach unglaublich gut funktioniert und Live-Webinare natürlich im Kontext der Akquise am besten funktioniert. Genau. Dann, was ganz cool ist, die Aufzeichnung vom Webinar wird häufig genutzt, um Entscheider auch ins Boot zu holen. So können Saleszyklen deutlich verkürzt werden. Weil ansonsten, was hast du das Problem? Du hast einen Sales-Call, jemand sozusagen ist dabei, der ist begeistert, aber nicht der Entscheider. Dann machst du einen zweiten Call, einen dritten Call, bis irgendwie alle mit im Boot sind. Und bei einem Webinar hast du die Chance, dass einfach so die Aufzeichnung durch die Organisation wandert und du bist gar nicht mit dabei. Die Leute sich das angucken und sagen, hey, genau das wollen wir haben. Dann melden die sich bei dir und du hast einen völlig entspannten Call. Was man verstehen muss, natürlich kann ein guter Sales-Call diese drei Probleme hier auch lösen. Du kannst daran gut das Angebot erklären, du kannst Vertrauen aufbauen und natürlich auch Saleszyklen verkürzen, stückweit, wenn du einen guten Job machst. Der große Vorteil vom Webinar ist halt, du kannst 10 Leute dabei haben, du kannst 20 Leute dabei haben oder du kannst 500 Leute machen. Also es ist wie so ein Sales-Call on Steroids. Einfach, du hast einen gigantischen Hebel. Stell dir vor, wirklich 20 Leute sind nur dabei, was ja nicht absolut verrückt ist. Aber du hast dann 20 Leute, mit denen du eigentlich wie so einen guten Sales-Call machen kannst, wenn du das richtig machst. Und das macht natürlich das Leben leichter, als wenn du 20 Stunden mit 20 Leuten telefonierst. Und das ist aus meiner Sicht auch eine coole Symbiose und wir kommen auch später drauf, wie sich ein gutes Live-Webinar sozusagen auf Sales auswirkt. Aber das ist aus meiner Sicht der größte Vorteil von einem Webinar, dass du einfach einen großen Hebel hast. Dann ist natürlich immer die Frage, was erzählt man da? Was ist die Grundlage für ein gutes Webinar? Was muss man irgendwie dort erzählen? Wie baut man das ganz auf? Ich gebe dir mal die Basics mit. Wie startet man damit? Die einfache Antwort ist, dass du eine Case-Study brauchst. Das ist immens wichtig, heute wichtiger denn je. Die Leute wollen Proof sehen, die Leute wollen sehen, dass du Ergebnisse erzielst. Und das bedeutet, die Grundlage für gutes Marketing allgemein sind immer gute Kundenergebnisse. Und darauf sollte man sich auch immer in der Zusammenarbeit konzentrieren, dass wirklich die Kunden gute Ergebnisse erzielen. Simpel gesprochen erzählst du dann eigentlich vier Dinge im Webinar. Und da gibt es natürlich unglaublich viele Nuancen, aber ich habe es mal versucht für dich so einfach wie möglich runterzubrechen. Was halt wichtig ist, die Leute wollen verstehen, mit welcher Ausgiftungssituation ist der Kunde zu dir gekommen. Da identifizieren sich dann Leute auch damit und sagen, hey, die Probleme habe ich ja auch. Mensch, das hört sich ja hier, wo ich jetzt gelandet bin, bin ich ja genau richtig. Dann wollen die Leute wissen, wie sah die Umsetzung aus? Also nicht wie sah die Zusammenarbeit aus, also das bedeutet, hattet ihr irgendwie jetzt eine E-Learning-Plattform und E-Mail-Support, sondern was habt ihr wirklich konkret umgesetzt? Was waren irgendwie so die vier bis sechs Meilensteine in der, ja ich mache eher fünf Meilensteine in der Zusammenarbeit? Da komme ich auch gleich nochmal zu. Aber den Weg beschreiben zu können, was man in der Zusammenarbeit macht, ist halt immens wichtig, weil die Leute einfach verstehen wollen, wie kannst du diese Lücke schließen? Also wie hilfst du mir von meinem Problem zu dem Ergebnis, was ich erreichen will? Und dann musst du natürlich auch die Ergebnisse der Zusammenarbeit bei der Case Study sozusagen erklären, gesagt, hey, das ist dabei rausgekommen. Und wenn du dann am Ende sozusagen Angebot machst, hey, du willst genau die gleichen Ergebnisse wie, was weiß ich, Daniel, dann buch dir einen Termin, lass uns sozusagen sprechen. Für alle Abschnitte ganz wichtig, gibt es natürlich zahlreiche Dinge, die man beachten muss. Aber wenn du eine Case Study hast, hast du schon mal eine gute Grundlage für ein erfolgreiches Webinar. Also das sollte dir klar sein. Und ich gehe davon aus, dass du schon mit Leuten zusammengearbeitet hast und nicht zu wenig. Also das bedeutet, wenn du Bestandskunden hast, dann wirst du eine Case Study dazwischen haben. Und das Coole ist, dass du auch über die Case Study so steuern kannst, von welchen Kunden du mehr bekommst. Also wenn du einen Case hast, der gut gelaufen ist, wo alle Parameter stimmen, Preis, Zusammenarbeit, Ergebnisse und das sozusagen dann in Webinar packst, dann ziehst du noch mehr von diesen Kunden an. Und das ist halt auch immer eine coole Chance, wirklich mehr von den Kunden zu bekommen, die man wirklich haben will. Einfaches Learning hört sich banal an, aber wenn du natürlich, keine Ahnung, ist vielleicht so das schlechteste Beispiel, wenn du als Abnehmen-Coach jetzt jemandem dabei hilfst, irgendwie ein Kilo abzunehmen und dazu das coolste Webinar mit den schicksten Folien jemals irgendwie hältst, dann meldet sich natürlich niemand bei dir, weil jeder denkt so, ja, Bro, ein Kilo abnehmen ist jetzt irgendwie nicht so die Kunst. Wenn du jetzt aber jemandem sagst, hey, ich habe dir geholfen, irgendwie zehn Kilo abzunehmen in, keine Ahnung, sechs Wochen ist vielleicht ein bisschen zu verrückt, in drei Monaten oder so, während ich Vollzeit gearbeitet habe, dann sind die Leute natürlich, okay, crazy, das will ich auch haben. Das bedeutet, umso besser deine Case Study wird und deshalb sollte man in der Zusammenarbeit auch immer nach der nächstbesten sozusagen eifern, desto mehr Anfragen bekommst du natürlich. Also die Ergebnisse müssen dann schon außergewöhnlich sein, dass die Leute sagen, da melde ich mich. Genau, was tun ohne Case Study? Dann musst du diese Schritte oben hypothetisch als Konzept beschreiben. Das bedeutet, du müsstest sagen, hey, wir haben einen Kunde XYZ, die Probleme, glaube ich, kannst du gut beschreiben und dann müsstest du sagen, ich würde prinzipiell das, 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 das und das machen. Ein Zwischenschritt kann manchmal auch sein, dass man selbst sozusagen die Case Study ist und sagt, hey, so haben wir unsere Firma sozusagen weiterentwickelt. Kann funktionieren, ist natürlich schwieriger, weil die Leute dann keinen Beweis haben. Also wenn du eine Case Study hast, ist das immer deutlich besser. Wie gesagt, das ist mal die Meta-Ebene. Was du hier aber daraus mitnehmen kannst, ist, dass viele Leute für ein Webinar einen extremen Fachlicht das Ganze halten. Also wirklich dann schon so in die tiefsten Tiefen tauchen. So, was musst du jetzt beim LinkedIn-Algorithmus sozusagen beachten? Und wirklich, du musst hier klicken und da musst du es so formulieren und so musst du eine Headline sehen, etc. Die Leute stehen aber häufig erstmal vor der Entscheidung, auch bei uns zum Beispiel, ob sie überhaupt mit LinkedIn starten sollen. Also das bedeutet, du musst ihnen mehr LinkedIn-Content zum Beispiel verkaufen, dass sie sagen, okay, ich will mit LinkedIn starten, statt ihnen jetzt schon zu zeigen, so sieht eine gute Headline aus, weil da sind sie noch gar nicht gedanklich. Und das ist der größte Fehler, den auch viele Leute machen, wenn sie selbst Webinare konzipieren, das deutlich zu fachlich ist und die Leute gar nicht abholt, da wo sie stehen. Punkt Nummer 3, coole Anekdote aus meiner Sicht und da ist auch etwas für die Zusammenarbeit bei unseren Kundinnen und Kunden geworden im Mentoring. Du musst eigentlich mit einer Folie, die sogenannte Masterfolie, dein gesamtes Webinar halten können. Hört sich ein bisschen verrückt an. Ich musste selbst in eine schlechte Situation kommen, um es zu erleben. Ich hatte mal einen Vortragslog für 90 Minuten und war auch so, alter, 90 Minuten muss man erstmal füllen und hatte irgendwie wirklich noch eine Bahnfahrt oder so, um das Ganze vorzubereiten. Lange Geschichte, ich weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin, aber ich hatte keine Zeit, um irgendwie was zu machen. Und da habe ich mir gedacht, ey, was ist denn, wenn ich eine Folie mitbringe, auf der ich wirklich mal erkläre, wie die Leute über den Funnel Leads und Kunden digital gewinnen können. Also wirklich so den kompletten Weg aufzeichne, mit allen Meilensteinen, die dazugehören, mit allen Stationen, die dazugehören und habe das wirklich auf eine Folie gebracht und wirklich den Leuten versucht, guck mal, das sind hier die irgendwie 5 Schritte, die ihr machen müsst. Das Verrückte war, dass ich wirklich 30 Minuten dieses Konzept vorgestellte, danach eine ausführliche Q&A-Session irgendwie gehalten habe und mir nichts dabei gedacht habe. Die Leute waren irgendwie recht happy, hatte ich das Gefühl. Und es war super interaktiv. Die Leute haben gefragt, funktioniert das auch für den B2B-Bereich? Funktioniert das auch als Agentur? Wie sieht es mit Software aus? Was ist, wenn ich keine Case-Study habe? Und am Ende im Nachgang sozusagen haben sich irgendwie, waren 12 Leute dabei und 5 Leute sind Kunde geworden, wirklich von Beratungskunden. Und ich war so krass, so eine Conversion hatte ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht. Aber da wurde mir klar, dass man bestenfalls wirklich auf einer Seite beschreiben kann, wie du deinen Kunden dabei hilfst, vom Problem zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Und das bestenfalls immer so in 3 bis 5 Schritten, weil alles über 5 ist so 1000 Schritte zum Erfolg und alles unter 3 sieht halt ein bisschen zu banal irgendwie aus. Aber dass man sich da wirklich Gedanken macht und diese Folie dreht auch häufig bei uns viele Schleifen, auch bei den Kunden sozusagen dreht das viele Schleifen, weil das muss halt wirklich sitzen, dass da neue Dinge drin sind, die die Leute noch nicht so gehört haben und die Leute aber verstehen, okay, ich verstehe, wie du mich sozusagen da hinbrichst. Wenn du das schaffst und alle ihre Fragen beantwortest, weil die Fragen sind am Ende nichts anderes wie Einwände im Sales Call, dann buchen sie einen Termin bei dir und werden bestenfalls Kunden. Weil das fragen sich die Leute natürlich auch im Sales Call so, was ist damit, was ist damit, was ist damit. Und das machst du natürlich auch, indem du bei einem Live-Webinar und es ist nichts anderes als ein Vortrag, einfach die Fragen beantwortest, bist du auch durch. Und genau, das ist auch immer der erste Schritt in der Zusammenarbeit mit unseren Mentoring-Kunden, dass wir halt immer diese Masterfolie als erstes bauen, weil wir einfach beobachtet haben, wenn die Masterfolie gut ist und wirklich auf einer Folie wir erklären können, wie die Zusammenarbeit sozusagen abläuft und wie man helfen kann, dann ist alles relativ einfach. Dann sind die Schritte hier vorne sowas wie Ausgangssituationen ist dann eine Folie, die Ergebnisse, das sind dann mehrere Folien, um wirklich zu zeigen, was rausgekommen ist. Und der Pitch sind dann auch meistens nochmal mehrere Folien, aber mit dieser einen Folie kann man den Rest relativ schnell irgendwie erstellen. Genau. Was mich unglaublich überzeugt hat von Webinaren ist, Fakt, weniger Calls, mehr Abschlüsse. Wahrscheinlich hast du auch schon mit vielen Leuten telefoniert, die am Ende kein Interesse an deinem Angebot hatten oder kein Budget hatten. Und für mich hat sich das häufig so ein bisschen wie Beschäftigungstherapie angefühlt. Vielleicht bin ich auch einfach nicht leidenschaftlicher Vertriebler genug, um zu sagen, hey, das ist irgendwie cool. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht richtig gemacht. Ich habe mir die Möglichkeit gesucht, um es einfach noch einfacher zu machen. Und das war der Grund, warum wir angefangen haben, alle unsere Kontakte, egal ob E-Mail, LinkedIn, YouTube, Instagram, und man kann wirklich auch erstmal mit LinkedIn und E-Mail anfangen, einmal pro Monat zu einem Live-Webinar einzuladen. Da kriegen Sie bestenfalls 30 Minuten Content, nach genau der Logik, die ich oben gezeigt habe. Und dann kann man am Ende im Pitch natürlich nochmal sein Angebot vorstellen. Das Coole daran ist, dass sich natürlich dann nur Leute 10 Termine buchen bei dir, die wirklich konkreten Bedarf an dem Thema gerade haben und auch natürlich schon im Hinterkopf haben, ich brauche auch ein Budget dafür. Und das führt am Ende dazu, und gerade ein Kunde von uns hatte das irgendwie 17 Teilnehmer waren dabei, 5 haben direkt einen Termin gebucht und 4 wurden davon Kunden. Und das ist natürlich eine Traumquote, zu sagen, du hast irgendwie 5 Gespräche und 4 werden davon Kunden. Was will man mehr? Und das kann man natürlich auch auf dem klassischen Weg machen, aber wenn wir zum Beispiel 4 Kunden gewinnen wollen würden, müssen wir mindestens irgendwie 16 Telefonate führen, wenn nicht sogar mehr. Also 25% irgendwie Abschlussquote ist aus meiner Sicht recht normal, gerade von einem Quali-Gespräch, gerade kalte Leute. Und 16 mal irgendwie halbe Stunde bis Stunde, ist natürlich was anderes wie 60 Minuten Webinar halten und dann irgendwie 4 Termine haben und die Leute eintüten. Das bedeutet, Webinare qualifizieren Interessenten für dich vor und du hast weniger Telefonate, aber mehr Abschlüsse. Und das ist das große Argument, was mich auch wirklich überzeugt hat, weil ich gesagt habe, hey, alle Leute einmal pro Monat zusammen zu trommeln, der Aufwand ist echt irgendwie übersichtlich. Und dann einfach entspanntere Gespräche auch zu haben, das hat mich am Ende überzeugt davon. Genau. Ja, so oder so, das geht auch sozusagen beides, komme ich auch später nochmal dazu. Man kann natürlich auch beides sozusagen machen, aber du wirst merken, dass die Leute, die aus Webinaren kommen, immer die entspanntesten Telefonate sind, die meistens noch ein paar Rückfragen haben. Und dann geht es sozusagen um die Zusammenarbeit. Genau. Ein paar Zahlen, die du kennen musst, wenn es um Webinare sozusagen geht, was auch realistisch ist, was man irgendwie machen kann, was irgendwie, ja, was man einfach gehört haben muss. Genau. Cost per Opt-in sozusagen ist, glaube ich, so die Kennzahl, die ich mir einfach gebaut habe. Ich weiß nicht, ob es CPO gibt, wahrscheinlich nicht, aber das nehme ich immer. Was bezahle ich für eine Eintragung für mein Webinar? Ja, und da hört man so alles Mögliche. Lass dir da nichts erzählen, dass sowas irgendwie 30, 50 oder 60 Euro kosten muss. Wir versuchen wirklich unter 15 Euro zu kommen. Das ist sportlich, also da müssen wir auch sozusagen über Meta-Ads und über LinkedIn-Ads schon relativ viel rudern, um das hinzubekommen. Aber wenn du so unter 25 Euro bleibst, dann ist das aus meiner Sicht relativ gut. Machen wir mal ein bisschen weniger sportliches Ziel, machen wir mal 25 Euro. Dann Show-Up-Rate ist tatsächlich relativ, abhängig davon, das würde ich hier noch kurz für dich gerne einbauen, warm, bestenfalls über 40%. Also, dass wirklich Leute, die dich schon kennen, die in deiner E-Mail-Liste sind, die von LinkedIn kommen, da musst du bestenfalls über 40% haben, die dabei sind. Bei Kalt, also Leute, wenn du wirklich rein Leute über Werbeanzeigen zum Beispiel später bekommst, wenn du dann über 25% hinbekommst, ist es schon verdammt gut. Das hört sich immer irgendwie relativ wenig an, aber du musst denken, die Leute gerade bei Kalt haben noch nie was von dir gehört und dass sich wirklich Leute dann 60 Minuten irgendwie Zeit für dich nehmen, ist immer so ein Stretch, dass sie wirklich sagen, so, ja, weiß ich nicht. Aber das ist halt einer der wichtigsten Kicker. Also, ich habe auch gerade bei mir das mal irgendwie durchgerechnet, was einen Unterschied macht, wenn man 30% Show-Up-Rate hat oder 25% oder 20%. Das ist ein Riesenhebel. Da gibt es noch die Conversion-Rate. Aus meiner Sicht immer super abhängig natürlich davon, was du anbietest. Wenn man wirklich Produkte anbietet, wo Leute zum Beispiel einen Kurs buchen können, bei unserer Academy zum Beispiel, ist man bei so 5-10% kalt, von den Leuten, die live dabei sind. Das ist so Standard. Und wenn man jetzt warm macht und Termin macht, also zum Beispiel auf einen Termin, auf einen kostenlosen, kriegen wir, glaube ich, über 20%, 25%, die sich einen Termin buchen. Also, wenn es dann wirklich ein kostenloser Call ist mit einem gewissen Mehrwert, mit einem richtig guten Pitch, dann kann man da warm deutlich mehr rausholen. Genau, Kosten pro Neukunde sollte man natürlich im Blick haben. Auch da absolut abhängig vom Angebot. Ich glaube, Kurse gehen bei uns so zwischen 200, 300 Euro durch die Tür. High-Ticket, wenn man wirklich größere Tickets hat, dann hast du auch wirklich 1.000, 2.000 Euro plus. Aber wenn du gerade B2B-Bereich, wenn du ein Angebot größer, 8.000, 10.000 Euro hast, dann rechnet sich das häufig natürlich sehr schnell. Und hier kommen wir natürlich hin, dass du dir wirklich Kunden einkaufen kannst. Wenn du nach 3, 4 Webinaren weißt, dass du pro Kunden irgendwie 1.000 oder 2.000 Euro bezahlst, kannst du das natürlich einkalkulieren und dann einfach aufdrehen. Genau, die Conversion Rate ist natürlich immer extrem abhängig, ob dein Produkt direkt verkaufst oder nur ein kostenloses Telefonat anbietet. Ich glaube, das ist relativ klar. Kurze Erinnerung zur Halbzeit. Wenn du das Dokument haben willst, kurz meinen YouTube-Kanal abonnieren und Webinar-Funnel in die Kommentare schreiben. Und dann schicke ich dir das Ding rüber. Coole Frage, die ich bekommen habe bei Instagram, falls wir noch nicht auf Instagram vernetzt sind, gerne vorbeischauen, einfach Robert Heinicke eingeben, ist der Unterschied zwischen VSLs und Live-Webinaren. VSL ist sozusagen einfach ein Video-Salesletter. Muss gestehen vorweg, dass ich kein absoluter Profi darin bin, weil, was mich daran immer ein bisschen gestört habe, ist, dass ein VSL wie so ein Mini-Webinar ist. Leute tragen sich zum Beispiel für ein Lead-Magnet ein, sehen dann dein VSL, so fünf bis zehn Minuten. Das führt zu einer ersten Qualifikation, aber auch meistens nicht so richtig. Und aus meiner Sicht muss man beim VSL-Funnel immer noch extrem viel Überzeugungsarbeit im Verkaufsgespräch liefern. Da werden wahrscheinlich VSL-Profis sagen, boah, das macht voll den Unterschied, dieses Video highly doubted, weil man muss erst mal hinbekommen, dass die Leute überhaupt sich einen Termin danach buchen, dass der VSL richtig gut ist. Und dafür muss man wahrscheinlich erst mal zehn Skripte irgendwie testen. Und natürlich kannst du in fünf bis zehn Minuten ein paar Sachen irgendwie zeigen, ein paar Testimonials, ein paar Case-Studies, ein paar Basics, wie auch eine Zusammenarbeit aussieht. Aber trotzdem hat der Interessenten natürlich extrem viele Sachen. Was aus meiner Sicht eine bessere Vorgehensweise ist, ist, mit einem Webinar zu starten, mit einem größeren Konzept zu starten und dann wirklich das beste Material zum VSL zu machen. So habe es ich immer gemacht. Und das hat einfach unglaublich gut funktioniert, weil im Webinar wird man so gezwungen, alles irgendwie zu erklären, ein Stück weit. Und wenn man es dann eindampft auf fünf bis zehn Minuten, dann ist das relativ easy, von der längeren Form das zu machen. Genau. Genau. Das Geheimnis, um Teilnehmer in die Webinare zu bekommen, weil das ist tatsächlich so, die zwei Spiele, die du hast, du musst es hinbekommen, dass dein Webinar konvertiert. Und du musst es natürlich noch schaffen, dass Leute mit dabei sind. Und das sind zwei Paar Schuhe, die man einfach knacken muss. Muss man, genau. Und dafür braucht man ein Webinar-Funnel. Du musst die Leute in den Funnel schicken, damit sie sich für das Webinar anmelden und dann auch wirklich dabei sind. Unsere Mentoring-Kunden kriegen dafür fertige Funnel-Vorlagen, was mich extrem freut. Da ist sozusagen alles drin. Das können sie sich bei einem Tool ihrer Wahl importieren, anpassen und dann ist das Ding online. Und sobald du den Funnel online hast, geht es halt wirklich darum, Leute reinzuschicken. Hier eine kleine Auswahl von Promotion-Content auf LinkedIn, LinkedIn-Events, E-Mail-Newsletter, Lead-Magnets, LinkedIn-Profil, Bio und natürlich auch Ads. Bei uns kommen mittlerweile 80% der Anmeldung über ein E-Mail-Newsletter und bezahlte Werbeanzeigen. Ich würde mal sagen, wirklich LinkedIn-Content ist auch noch mit dabei. Das ist auch ein großer Hebel, wenn da gute Posts kommen. Genau. Und wenn du noch kein Budget für Ads hast, dann ist jetzt hoffentlich der Zeitpunkt, um endlich ein Lead-Magnet zu launchen. Das ist zum Beispiel etwas, was man mittlerweile jetzt auch in unserer Social Leads Academy lernt, wie man einen richtig guten Lead-Magnet für LinkedIn baut und wie man den Funnel dahinter baut. Also wenn du da noch nicht drin bist, dann schnapp dir den Probemonat, solange es den noch gibt. Einfach auf socialleadsacademy.de gehen. Das haben wir nämlich gerade erweitert, worauf ich sehr stolz bin. Genau. Genau. Jetzt kommt einer der wichtigsten Punkte, den ich auch irgendwann entlang des Weges sozusagen lernen durfte, weil ganz viele unserer Kunden wollten sich immer davor drücken, das Ding live zu halten. Und es kam immer so die Frage, warum das Webinar nicht einfach aufnehmen als Video und online schalten. Und hier kommt sozusagen der Skalierungstest ins Spiel, weil hier haben sich ganz viele Leute die Finger verbrannt, haben das gemacht, haben dann Werbeanzeigen geschaltet und haben dann irgendwie 3000 Euro versenkt, ohne dass was passiert ist. Und das ist klar, weil du natürlich nicht getestet hast, ob das Webinar konvertiert oder nicht. Und gerade am Anfang kann ich dir sagen, ich habe genug Webinare in den letzten Jahren auch von unseren Kunden gesehen. Liegt die Chance bei 99%, dass dein Pitch noch nicht funktioniert, weil man einfach mehrere Iterationsschleifen und Anläufe braucht und das einfach ein paar Mal gemacht haben muss. Also, keine Ahnung, bist auch kein Golfprofi, wenn du das erste Mal auf den Golfplatz gehst. Und so ist hier natürlich auch. Das bedeutet, du musst dein Webinar unbedingt live halten, bis es verlässlich Termine, Käufe und Kunden bringt. Und sobald dein Webinar konvertiert, kannst du die Aufzeichnung nehmen und online schalten. Und jetzt immer so die Angst, kann ich jeden Monat das gleiche Webinar halten? Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das Webinar, was ich jetzt halte, halte ich schon irgendwie seit vier Jahren oder so, mit ein paar Variationen, aber Titel ist der gleiche, Konzept ist mehr oder weniger das gleiche und ich habe es immer weiterentwickelt. Weil das Problem ist, wenn du anfängst, wirklich jeden Monat ein neues Thema mitzubringen, hast du gar nicht die Chance, ein Webinar zu bauen, was wirklich funktioniert. Also, es ist ganz, ganz wichtig. Und ich kann dir sagen, wenn, keine Ahnung, 20, 30 Leute mit dabei sind, rechne das mal auf die Grundanzahl deiner LinkedIn-Kontakte. Wenn du 5.000 Kontakte hast und jeden Monat 30 Leute dabei sind, dann hast du viele Jahre, bis du alle 5.000 Leute mit dabei hast. Dann größter Einwand ist immer, Entscheider nehmen sich keine Zeit für Webinare. Absolut richtig. Und aus unserer Erfahrung ist genau, dass auch das Thema, dass meistens nicht der Entscheider beim Live-Webinar dabei ist, sondern jemand aus dem Team. Und das ist aber ganz cool, wenn du in der Organisation aus dem Team schon mal einen Fan hast, der sagt, hey, das Robert, was du sozusagen da vorgestellt hast, das brauchen wir unbedingt. Und das kann man dann in dem ersten Call sozusagen abklopfen. Dann wird häufig sozusagen die Aufzeichnung an die Chefin oder den Chef weitergeleitet. Und dann kommt es meistens zu einem entspannten Verkaufsgespräch mit den restlichen Fragen. Aber wenn du in der Organisation schon mal jemanden hast, der ein gutes Wort für dich einlegt, der die Aufzeichnung weiterleiten kann, macht es halt vieles einfacher. Und so haben wir tatsächlich auch drei DAX-Konzerne in den letzten Jahren gewonnen, wo natürlich nicht der Vorstand dabei war, aber jemand aus einer Abteilung. Und die Person konnte dann natürlich perfekt auch die Aufzeichnung weiterleiten. Nochmal die wichtigsten Punkte rausschreiben. Und dann haben die das intern geklärt, sind auf uns zugekommen und gesagt, hey, wir wollen das mit euch machen. Letzter Punkt, aus meiner Sicht ein ganz wichtiger. Ich glaube, oder ich habe das Gefühl, dass ein Webinar alle klassischen B2B-Strategien schlägt. Weil klar kann man sagen, man baut sich irgendwie ein großes Sales-Team auf. Jeder, der da darauf Bock hat, so eine Sales-Höhle, go for it. Mein Weg war es nie. Ich hatte da nie so Bock auf Management und vor allem auch nicht irgendwie so eine Sales-Höhle aufzubauen. Ich wollte remote arbeiten. Ich wollte es entspannt haben. Dann eine Ads-Agentur ist natürlich cool, aber wenn du nichts dahinter hast, sozusagen was konvertiert, dann bringt dir die Ads-Agentur auch relativ wenig. Und die wenigsten Ads-Agenturen können Webinare. Und insofern fällt das raus. Kaltakquise korreliert natürlich mit dem Sales-Team. Vorträge und Messe machen ganz viele. Und das wird mir auch immer mehr klar, wie Vorträge und Messen einfach, wie das ein valider Weg ist. Ich hatte bloß keinen Bock, die ganze Zeit irgendwie zu reisen und es auch jetzt nicht so einfach, einfach Vortragsslots irgendwie unbezahlt zu bekommen oder messen, dass die konvertieren. Content ist natürlich nur, füttert natürlich nur dein Live-Webinar. Und das ist das Coole, dass man auch wirklich ganz lange erstmal nur LinkedIn-Content machen kann und vielleicht eine E-Mail-Liste aufbauen kann, dass du jetzt aber nicht anfangen musst, irgendwie auf TikTok rumzutanzen und Snapchat machen musst, sondern dass man wirklich eine Plattform richtig machen kann und das reicht. Und du hast natürlich auch das Problem, dass Netzwerk und Empfehlungen sich irgendwann ausgespielt haben, dass man das sowieso mitnimmt. Das bedeutet, ein einziges Webinar, das konvertiert, kann alle anderen klassischen B2B-Akquise-Strategien schlagen. Und hier muss ich eigentlich noch ergänzen, unser mehr oder weniger Feind ist eigentlich da die Webseite. Weil wirklich auch die Webseite, weil das ist das, was die Leute häufig denken, dass man einfach nur eine Webseite braucht und dann darüber irgendwie Leads kommt. Aber das ist leider nicht der Fall, außer du hast richtig Ahnung von SEO und von Google Ads. Und insofern ist da ein Webinar ein viel besserer Weg. Genau. Denn sobald ein Webinar konvertiert, brauchst du nur mehr Teilnehmer und in dem Spiel sind wir dann halt immer, sobald ich wieder ein Webinar geschrieben habe, muss mich eigentlich nur noch darum kümmern, dass mehr Leute da reinkommen. Und das kann man sehr cool über die Zeit, sowohl über seine E-Mail-Liste machen oder auch über die LinkedIn-Kontakte, die wachsen. Und am Anfang hast du vielleicht 15 bis 25 Teilnehmer und irgendwann hast du bestenfalls 500 oder 1.000 Teilnehmer. Und das hört sich vielleicht heute jetzt alles noch verrückt an, aber das war der Weg und die Reise, die ich in den letzten Jahren gegangen bin. Unglaublich dankbar dafür bin und auch jetzt noch viel tiefer in das Thema einsteigen werde und dir alles mitbringen werde, was du dazu wissen musst. Was mich interessieren würde, schreib mal gerne in die Kommentare, welche Fragen du noch zu Webinaren und zum Webinar-Funnel hast und ob du schon mal ein Webinar gehalten hast oder nicht. Es wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit mehr Content dazu geben. Ich freue mich, dir alles zeigen zu dürfen und wie gesagt, lass uns daran arbeiten, dass du solche schönen Wandschmuck auch in der nächsten Zeit hinter dir hast.